Guck mal hier, Fiene. Hier, guck mal. Erstmal ein Purzelbaum. Tja, aber das Rollen und Wälzen hat jetzt mit Überforderung genau gar nichts zu tun. Ist total selbstbewusst in der Situation, hat Späßchen. Und zeigt das auch. Wir sind zu langsam. Wir sind für sie definitiv gerade zu langsam. Die Einschätzung von Corinna teile ich. Also Fiene hat jetzt eher im Kopf, komm Leute, weiter geht's, ich hab Bock. Und das ist schön zu sehen. Natürlich könnte man mit ihrer Vorgeschichte sagen, oh, das könnte jetzt eine Überforderung werden, aber die ist total cool. Ja, es muss ja nicht immer so gehen, wie Fiene möchte. Nein! Ich bin mir sicher, im Alltag gibt's genug Situationen, wo Fiene das kriegt, was sie gerne möchte. Ja, aber ich bin echt nicht. Ja, ich bin mir sicher, ich bin sicher. Ich bin ja es nicht. Ich bin mir sicher, ich bin sicher. Ich bin es nicht. Ich bin es. Ich bin es. Untertitelung des ZDF, 2020